Was passiert, wenn wir mit Salito Square durch die Republik unterwegs sind? Wir haben die heißesten Ladies gecastet, beziehungsweise das sind sie, unsere ganz großen Finalistinnen. Es ist ja am heutigen Abend sehr warm und es wird noch heißer. Denn das hier sind 1, 2, 3, 4, 5 und insgesamt 12 Ladies, die heute Abend antreten, um sie ausfindig zu machen. Das Salito's Beach Girl 2012. Normalerweise ist es ja eigentlich so, dass unsere Jury gar nicht die Fotos machen muss, aber du hast spontan einfach mal dem ursprünglichen Fotograf den Job einfach mal abgenommen. Ja, ich bin Casting-Direktor seit 35 Jahren und ich kann die Mädels nur sehen, wenn sie vor der Kamera sind. Ich kann sie natürlich so sehen, aber sie müssen natürlich posen. Das sehe ich natürlich nur, wenn ich Fotos von ihnen mache und die motiviere und sage, mach so oder so, ob sie dann fähig sind, überhaupt die Werbekampagne zu machen. Komm, Schatzi, stell dir mal vor, du bist auf dem Beach. Wow. So würde ich dir nie einen Typen anmachen. Dann sagt er dir, die hatten ja Ecke ab. Ist das für dich eigentlich eine schönere Ausgangssituation, zu wissen, oh, okay, jetzt muss ich jetzt hier gerade nicht posieren, wie es zum Beispiel damals in der dritten Staffel war bei Germany's Next Topmodel, er noch in der Jury. Du eine der Kandidatinnen, wie ist das für dich? Eine entspanntere Situation? Also ich fühle sehr mit mit den Mädchen. Also ich habe vorhin schon so Rolfi und ich so, oh, das ist voll gemein, ich muss denen jetzt Punkte geben von 1 bis 10, die Armen so. Also das ist sie, die ganz große, glückliche Gewinnerin. Katja, Gratulation. Dankeschön. Also wie fühlst du dich? Äh, super. Vor allem, weil ich mit der Entscheidung nicht gerechnet habe. Hier waren wirklich so viele schöne Mädels, die hatten so schöne Figuren. Also ich bin echt, ich bin immer noch am Zittern. Nach genau einem Spot sehen wir uns wieder. Enjoy the Salitos Republic. Ja, da wo ich jetzt stehe, da werden gleich unsere Models stehen. Wir sind also jetzt hier bei unserem Fotoshooting. Die Suche nach dem Salitos Beach Girl 2012 ist beendet. Katja ist es geworden. Sie fliegt in die Karibik mit ihrer Mutter. Unsere Jury um Rolfi Scheider, Mola Adebisi und Wanda Batwal. Sie hatten sehr viel Spaß. Das gesamte Team hatte viel Spaß. Dem darf ich mich auf jeden Fall und möchte ich mich gerne anschließen. Und übrigens bleibt unserer Salitos Facebook-Seite treu. Und mit der Sonne im Oktober gehen wir nun rein in die Winterpause und melden uns wieder zum Sommer 2012, denn der kommt garantiert. Mein Name ist Amis und Amis sagt Tschüss, Au Revoir, Bye Bye und auf Wiedersehen.